Bei einem Unfall auf der Kreuzung Weserstraße, Ecke Werftstraße, wurden am Samstagabend vier Menschen leicht verletzt. Gegen 21.30 Uhr kam es zu der Kollision. Die deutliche Ampelanlage zeigte ein gelbes Blinklicht. Damit galt die Rechts-vor-Links-Regel. Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt, ohne auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.